Mein Name ist Daniel Grossmann, ich bin der künstlerische Leiter des Jewish Chamber Orchestra Munich. Auf unserem YouTube-Kanal geht es um Themen rund um das Judentum. Den Film Das alte Gesetz haben wir 2018 mit einer neuen Musik bei der Berlinale aufgeführt und es ist ein Stummfilm vom Anfang des 20. Jahrhunderts, das sich explizit um ein jüdisches Thema handelt. Den Film gibt es auf DVD und hier jetzt einige Eindrücke von der Musik und von dem Film. Musik 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 Musik